Ja, da sich so viele Leute Patchouli gewünscht haben, was mich irgendwie auch ein bisschen wundert, dass so viele Leute mehr Patchouli sehen wollten, als die Leute, die Designer-Düfte sehen wollten. Aber okay, ich meine die Community bestimmt, was ich mache. Von daher sprechen wir jetzt mal über meine Top 10 Patchouli-Düfte. Was ein unfassbar spannendes Thema ist, weil super viele Leute Patchouli gar nicht mögen. Witzigerweise, weil es halt so eine sehr dunkle und erdige und ledrige Grufti-Duftnote ist. Also manche Leute vergleichen das mit so Grabesmoos oder mit Hippies und so, ja. Deshalb, ja, Patchouli auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig für viele Leute, wenn er jetzt zumindest in der hohen Konzentration verwendet wird. Ich müsste jetzt mal gucken, habe ich hier einen Duft, wo Patchouli drin ist, der jetzt nicht so übertrieben krass Patchouli-lastig ist. Das müsste ich eigentlich gerade mal schauen. Das ist ein gutes Beispiel, ja. Quoio Toscano ist ein Duft von Farmacia und ich finde den Quoio, das ist ein super geiler, sanfter Lederduft. Also ihr kennt ja schon von mir, ich bin ein großer Fan von dem Leder 6 von Schwarzlose, den es ja auch in meinem Shop zu kaufen gibt. Und da sage ich ja immer, das ist so dieser dunkle, dieser dunkle Lederduft. Und zum Beispiel bei dem Quoio Toscano, das ist halt ein relativ sanfter Lederduft. Witzigerweise, obwohl der Name fast schon so ein bisschen klingt wie Tuscan Leather, ist dieser Duft hier wirklich sehr, sehr leicht. Und ich muss ehrlich sagen, da ist tatsächlich auch Patchouli sehr deutlich mit drin. Hier steht drauf Zitrone, Tabakblätter, Geranie, Labdanum, Inzenz, also Weihrauch, Elemiharz, Leder, Patchouli, Benzoin, Amber, Sandelholz, Zedernholz und Safran. Ein wilder Mix und vor allen Dingen auch Leder. Das Witzige ist, ich rieche hier wirklich ein bisschen Patchouli raus. Allerdings ist das hier sehr zurückgehalten. Und ich glaube, dass die wenigsten Leute sowas hier als einen Patchouli-Duft klassifizieren würden. Aber trotzdem ist Patchouli eigentlich so die Note, die bei vielen Düften so diese gewisse dunkle Männlichkeit reinbringt. Genauso jetzt zum Beispiel, ich glaube, Tigger of the Dark Side, da ist glaube ich auch Patchouli mit drin. Kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Und bei Tiara wird es glaube ich auch mit drin sein. Ich bin mir aber gerade nicht mehr 100% sicher. Aber die Sache ist halt, Patchouli bringt normalerweise so eine richtig dunkelmaskuline Note. Vor allen Dingen in Kombination mit Vettiva wirkt es dann sehr klassisch. Es gibt aber auch dann diese Hardcore Patchouli-Düfte und das ist das, worüber ich jetzt mit euch gerne mal sprechen möchte. Also wirklich Patchouli-Düfte, wo du auch den Patchouli rausriechst. Wo du dir denkst, so, ja, knallt auf jeden Fall. So, und anfangen würde ich gerne mit einem Duft, der heißt, hier dieser Duft. Damit würde ich gerne anfangen, der Unreal von Kinetic Perfumes. Das ist ein Duft, wo du eigentlich, wenn du es nicht weißt, nicht rausriechen würdest, dass da Patchouli drin ist. Wo Patchouli dir aber eigentlich so hart ins Gesicht springt, dass du es nicht ignorieren kannst. Also hier steht ganz viel, ne, Amalfi-Zitrone, Pfeffer-Wacholderbeere, Ingwer-Iris, Leder-Magnolie, Benzuri-Iris, Rum, Sandelholz-Tonkerbohne, Vettiva-Zeder. Riecht aber für mich im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich zu einem richtig dunklen Patchouli. Also dieses sehr würzige, dunkle, trockene ist bei dem Unreal für mich definitiv am Start. Deshalb habe ich ihn jetzt auf Platz Nummer 10, weil ich finde, dass er schon auch in diese alkoholisch-würzige Richtung geht, aber trotzdem halt mit so einem richtig reinrassigen Patchouli-Duft nicht so mega viel, sage ich jetzt mal, vorsichtig zu tun hat. Genauso würde ich da den Ursa von Tiziana Terenzi draufsetzen, aber der kommt gleich noch weiter oben, weil ich den einfach extrem hart feier. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist der Derby von Ugolini. Das wäre jetzt auch, würde jetzt in diese Richtung gehen. Genau, ich sehe auch schon ganz, ganz viele Empfehlungen von meiner Top-10-Liste hier im Chat, das freut mich sehr. Aber zum Beispiel der Derby von Ugolini ist auch ein ähnlicher Duft zu dem, ist von der Machart her ähnlich wie der Unreal. Ich finde den auch sehr, sehr schön. Ja, es ist auch nochmal so ein bisschen würziger, ein bisschen grünlicher, mit Fokus auf Kardamom, Möhre und dann eben Patchouli, Sandelholz, Wettiver, Zedernholz und so weiter in der Basis. Ist ein Duft, der tatsächlich eher selten bei mir über die Ladentheke geht, aber den ich persönlich auch sehr, sehr schön finde. Und ich glaube, der Fragrance Dog hat den mal verglichen mit dem Erd-Tiger in Sanft quasi, was ich auch einen ganz spannenden Vergleich finde. Und genau, den Duft gibt es eben auch bei mir auf der Webseite. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, gerne mal einen Blick auf die Seite werfen. Das waren jetzt zum Beispiel schon mal zwei Dinge, zwei Dinge, die so ein bisschen sanfter waren und wo der Patchouli dich jetzt nicht so anspringt. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wirklich Patchouli-Dominant sind. Und da möchte ich gerne anfangen mit einem Nischane-Duft. Und das ist der Patchouli-Kosa, heißt er, oder Koza. Also Nischane-Patchouli. Ach komm, ey, guck mal, ich finde das schon wieder nicht. Patchouli. Hier springt ja der Patchouli ins Gesicht und ist einfach nur so ein bisschen abgerundet durch so blumige Noten. Also Hyazinthe, Ylang-Ylang. Vor allen Dingen Ylang-Ylang ist für mich eigentlich eine Duftnote, witzigerweise, die ich eher so mit einem Damenduft assoziieren würde. Und das macht diesen sehr dunklen, maskulinen Duft von Patchouli einfach runder und ausgeglichener. Finde ich persönlich ganz schön. Trotzdem, wenn ich 100% ehrlich bin, für mich nur Platz Nummer 8, weil er für mich sehr... Also es gibt viel, viel geilere auf der Liste. Haltet euch noch fest, weil es kommt noch sehr, sehr viel Krasseres. Das heißt, auch wenn der mir ganz gut gefällt und von Nischane wirklich einer der, ähm, einer der Besseren ist, ist es für mich jetzt nicht ein Duft, den ich so 100% auf meine Top 10-Liste jetzt so... Also, ne, klar, Top 10, aber es ist jetzt nicht so mein Lieblings-Patchouli-Duft. Anders sieht es da schon aus bei dem Patchouli Ardant von Guerlain. Äh, ein eher unbekannter Patchouli-Duft, um ehrlich zu sein. Und auch ein unbekannter Duft von Guerlain, weil diese ganzen Absolü, also Orient-Absolü-Dinger, äh, in diesen bunten Flaschen eigentlich dominiert werden von dem Oud-Duft, den die haben, Oud-Essentiel und dem Sontal-Royal. Ganz, ganz, ganz stark Sontal-Royal bei Guerlain. Er ist aber wirklich ein sehr, sehr geiler Patchouli eigentlich, der mit Patchouli und Rose arbeitet. Also, er hat vielleicht so ein kleines bisschen was von einem Noir de Noir von Tom Ford, aber trotzdem dunkler und mit dieser typischen Guerlain-DNA. Und das finde ich einfach sehr, sehr geil gemacht, weil Guerlain kann richtig gute Düfte machen. Und, äh, es ist ein, es ist ein richtig geiler, richtig geiles Teil. Äh, was hältst du vom Xerdorf-Casamorati 888? Sehr schöner Würziger Duft, unter anderem mit Patchouli, finde ich sehr schön. Und Straight to Heaven von Kilian, finde ich auch schön, ist für mich aber eher alkoholisch, der Kilian-Duft. Deshalb, äh, an dieser Stelle, genau. Für mich auf jeden Fall Guerlain einer der schönsten. Hat auch noch eine Feigennote, steht hier. Ich frage mich, ob das hier aufgeführt ist. Ja, grüne Feige, genau. Okay, auf jeden Fall schönes Teil. Ich liebe Guerlain einfach als, als Dufthaus. Also, die können, können richtig gut Parfum machen. Finde ich super. Gut, der nächste, den ich hier auf der Liste habe. Ihr habt es gerade auch schon so ein bisschen im Chat beschrieben. Lassen mich gerade nehmen. Das ist der Oriental Kasbar. Und das ist jetzt auch wieder ein Duft von Famachia. Und das ist der Nachfolger von dem Patchouli Indonesiano. Falls ihr euch erinnert, ihr habt vielleicht das Video gesehen mit Marc Gebauer und mir, wo ich bei ihm war und seine Düfte getestet habe auf meinem Channel. Und da hat er mir einen Duft gezeigt namens Patchouli Indonesiano. Und hat gesagt noch, der würde das immer mit Leidenhemd tragen, weil das wäre halt voll der Duft, der einen runterkühlt im Sommer und so. Und das hier ist der Nachfolger. Und der Patchouli Indonesiano war zum Beispiel ein komplett reiner Patchouli-Duft. Also, er hatte nur Patchouli als Duftnote. Und hier haben wir jetzt Patchouli-Blätter, Marine-Noten, Zistrose, Eukalyptus und Sandelholz. Er wurde erweitert durch so ein bisschen salzige Noten, durch Eukalyptus, was noch so eine etwas ätherische Ölkomponente dazu gibt, und durch Sandelholz. Und ich sage euch, das Sandelholz hat den Duft jetzt wirklich für mich vollkommen gemacht. Weil vorher dieses reine Patchouli, das ist vielleicht nicht jedermanns Ding. Aber wenn so ein bisschen eine sanfte, cremige Basis dazukommt, dann kann das schon Herzen gewinnen, finde ich. Und hier hast du eben diesen super, super dunklen Patchouli, aber eben gepaart mit so einer cremigen Sandelholzbasis. Was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Und deshalb, ja, Duft, der einfach diesen orientalischen Charakter von Patchouli sehr schön widerspiegelt. Und diesen dunklen, erdigen, ledrigen Charakter. Aber trotzdem genügend sanfte Noten mit dazu hat, um den Duft spannend zu machen. Also ich finde es eine super Veränderung. Haben sie wirklich klasse gemacht. Und falls euch dieser Duft hier interessiert, gerne auch mal bei mir im Shop vorbeischauen. Später auf YouTube, die Links dazu übrigens alle in der Beschreibung drin. Also wenn euch einer dieser Dufte interessiert, gerne mal gucken und dann entsprechend zuschlagen. Und übrigens, wenn ihr bei mir im Shop was bestellt, was Parfum angeht, bekommt ihr auch immer Samples dazu. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel den Oriental Casper mal testen wollt, schreibt das gerne da rein. Dann werde ich schauen, dass ich euch das zulege, wenn ich es gerade zur Verfügung habe. Gut, dann als nächstes gehen wir mal ein bisschen noch eine Stufe höher von der Skala her von Düften, die ich extrem gerne feiere. Und da ist dann zum Beispiel der Frederic Mal Monsieur. Monsieur mit einem Punkt am Ende, witzigerweise. Weil es nämlich ein Statement ist. Und ich sage euch, Freunde, dieser Duft hier enthält für mich viel, viel mehr als nur Patchouli. Es ist Patchouli, Tangerine, Rum Absolu, Vanille, Moschus, Cedar, Weihrauch, Amber, Wildleder und, Freunde, ich behaupte, ich habe das schon immer behauptet, dass da auch Oud mit drin ist. Also ich weiß nicht, ob nur ich das daraus rieche, aber ich finde, das Ding hat wirklich einen Oudigen Touch. Und es ist wirklich einer der geilsten, maskulinen Düfte, die man sich vorstellen kann. Ich finde, es ist auch ein super Duft für das Haus von Frederic Mal, weil die haben einige wirklich sehr schön französische Düfte im Angebot. Unter anderem den French Lover, was für mich ein sehr schöner, vetiverartiger Duft ist. Und dann eben den Monsieur, der ein schöner Patchouli-Duft ist. Also hast du diese beiden klassisch maskulinen Extreme und das können die einfach sehr, sehr gut. Deshalb Monsieur für mich einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Ich habe das große Glück, ich habe zu Hause noch fünf Abfüllungen davon, weil ich immer wieder so fünf Milliliter-Miniaturen geschenkt bekomme aus irgendeinem Grund. Entweder zu einem Kauf von Frederic Mal oder halt im Souk auf Parfumo. Und ich habe also wirklich noch noch und nöcher für diesen Duft und fülle das dann einfach immer auf, wenn ich den Duft halt leer mache. Und deshalb Monsieur für mich seit Jahren schon ein absoluter Killer. Und der Preis mit 175 Euro, die 50 Milliliter für Frederic Mal-Verhältnisse noch sehr gediegen. Ja, und finde ich sehr, sehr gut. Was hältst du von Moon auf Frederic Mal? Also von Frederic Mal und ist es den Preis wert? Ja, Moon von Frederic Mal finde ich einen Hammerduft. The Night fand ich nämlich nicht so krass, dass ich dafür so viel Geld ausgeben würde. Weil ich habe gesagt, so das Oud, was da drin ist, riecht ein bisschen nicht ganz so hochwertig. Ich bin mal gespannt, wie ich heute darüber denke. Also ich wollte nämlich mal ein Video über absolute Ultraluxus-Düfte machen. Und mal so ein bisschen darüber sprechen, welche Düfte wirklich teuer sind und ob die sich lohnen. Ja, aber The Moon fand ich ganz gut. Genau, das war, glaube ich, dieser Himbeerluft, ne? Ja, den fand ich ganz gut, aber auch sehr extrem. Also er hat wirklich krass, krass geballert. Juti, dann als nächstes der L'Instant des Garellins Pour Homme. Ein absoluter Klassiker. Und hier auch jetzt nicht 100% Patchouli-lastig, ja, aber ich würde schon sagen, da ist wahrscheinlich mehr Patchouli drin, als man glaubt. Denn wir haben tatsächlich Patchouli-Blüte, Kakao, Patchouli, Sandelholz, Tee und Cedar. Es ist, glaube ich, eigentlich soll es so ein dunkler, schokoladiger Duft sein. Was aber vor allen Dingen durch Kakao und Patchouli eben hervorgerufen wird, weil Patchouli einfach schokoladig wirkt oder wirken kann. Und da dieses Teil hier ein absoluter Klassiker ist, übrigens, wenn ihr das Glück habt, den in dieser Variante zu bekommen, das ist noch das alte Design. Ich finde das deutlich schöner als diese neuen Flakons. Sie haben das jetzt wohl irgendwie redesigned. Aber ich sag's euch, also Garellin einfach knaller, was das angeht. Und deshalb das hier auch einer meiner absoluten Lieblings-Patchouli-Düfte. Gut, jetzt kommen wir zu den Top 4. Und da habe ich erstmal den Patchouli 1969 von Maitre Parfumeur. Patchouli 1969. Einfach aus dem Grund, also hier ist jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich reiner Patchouli fast schon, für mich persönlich. Das heißt, man sollte schon so diesem Hippie-Flair nicht abgeneigt sein. Nein, übrigens, das Ding kommt wirklich mit dieser Funzel da dran, was ich ganz amüsant finde. Der Duft ist sehr Patchouli-lastig, aber das Schöne ist, dass er Patchouli sehr sanft darstellt. Also du hast diese Note, sehr deutlich, ja, aber sie wird einfach sehr sanft gemacht. Das ist ja einfach, ja, ist irgendwie sehr schön, haben die das geschafft, das Ding sehr glatt und sanft zu machen, was ich gut finde. Und ich glaube, dass das ein guter Einstieg sein kann, wenn man Patchouli noch nicht so getestet hat. Man einfach Patchouli gerne mal so Probe riechen möchte und mal wissen möchte, wie das ist. Außerdem, Flacon-Qualität ist bei diesen Düften einfach der Hammer. Die sind alle, glaube ich, auch refillable. Das heißt, du kannst die Dinger oben abschrauben, falls ihr mal irgendwas abfüllen wollt oder so. Ja, ist also wirklich gar kein Problem. Und Maitre Parfumat ist deshalb für mich eine Marke, die ich extrem feiere. Und auch wenn viele Düfte von denen sehr oldschool sind, finde ich den wirklich klasse. So, was haben wir noch? Ihr habt hier gerade noch was gefragt. Kam schon von Lorenzo Patchouli? Nein, tatsächlich noch nicht. Den habe ich auch gar nicht auf meiner Liste drauf, weil ich den noch nicht getestet habe, um ehrlich zu sein. Wir haben aber als nächstes hier noch den Ursa von Tiziana Terenzi. Das ist ein Duft, der schon seit einiger Zeit auf meiner Lieblingsliste steht und der auch mit Sicherheit für mich auf die Top 10 Tiziana Terenzi Liste kommen wird. Denn das hier ist ein Duft mit Patchouli und Rum, Weihrauch, Oud. Also so ein bisschen wie so ein Mix aus dem Unreal von Kinetic und dem Monsieur von Frederic Malle. Allerdings einfach der geilste alkoholische Patchouli-Duft, den ich mir überhaupt irgendwie vorstellen kann. Ursa ist einfach wunderschön. Das sage ich euch. Also wenn ihr auf alkoholische Düfte steht oder ihr so ein bisschen dieses dunkle Patchouli-Ding mögt, was aber nicht zu dominant ist, sondern schon tragbar, ja, dann Ursa. Freunde, glaubt es mir, es wird euch umhauen. Es wird euch umhauen. Und es hat außerdem schön noch so ein bisschen so eine Oud-Basis. Finde ich den Hammer. Ursa gehört schon wirklich zu der engeren Auswahl. Genauso natürlich ein Duft, den man definitiv mit dazunehmen muss, ist der Air Tiger. Wird den ein oder anderen vielleicht wundern, dass ich das jetzt als Patchouli klassifiziere. Aber ich finde es einfach, es ist für mich, es schreit nach Patchouli. Es ist Wacholder, Kardamom, Zitrone, Zeder, Iris, Patchouli, Leder. Also es ist, glaube ich, für viele ist es so ein Lederduft. Lederduft mit Wacholder. Also Wacholder-Note ist ja so diese Gin-Note, die dann hervorkommt. Aber für mich ist es einfach ein richtig schöner, reinrassiger, maskuliner, würziger Patchouli-Duft mit so ein bisschen einem alkoholischen Touch. Und ich liebe den. Ich finde den wirklich ein geiles Statement für den ersten Duft. Hammer. Und natürlich Haltbarkeit und Siage Haltbarkeit 9,8. Siage 9,5 ist absolut geisteskrank. Also das hat man, das hat man so noch nicht gesehen vorher. Deshalb Air Tiger riecht einfach nach Isobityl-Quinolin. Ist ein Rohstoff, der normal für Leder-Akkorde verwendet wird. Ich finde den trotzdem krass. Ich sag's dir, ich finde den trotzdem, ist mir scheißegal, was da drin ist. Das ist einfach ein Hammerduft. Also der knallt ohne Ende. Und deshalb finde ich Air Tiger ist Wahnsinn. So, jetzt sind wir hier fast durch. Ich glaube, ich bin sogar schon bei 10. Kann das sein? Kann es sein, dass ich mehr als 10 aufgeschrieben habe? Einen habe ich aber noch. Und da ist der Name auch wieder tatsächlich Programm. Denn ich habe jetzt am Ende noch einen Montal-Duft für euch. Und witzigerweise ist es jetzt mal kein Uth. Es ist kein Uth-Duft. Und zwar ist es der Leather Patchouli von Montal. Und da ist scheinbar zwar auch Uth drin. Aber das ist so ein geiles Teil. Einfach aus dem Grund, weil es genau im Namen steht, was das Ding macht. Also ich habe den zum ersten Mal getestet. Hatte da mal eine Abfüllung von vor Ewigkeiten. Und habe dann halt gesagt, ja, Leather Patchouli, sprühen wir mal drauf, riechen wir mal. Und siehe da, es ist einfach ein Leder Patchouli-Duft. Wer hätte das gedacht? Also wirklich einfach Leder Patchouli als Duftnoten. Aber sehr schön gemacht. Sehr schön miteinander verwoben. Hat irgendwie so ein bisschen was von so einem Oriental Caspard. Ja, mit mehr Leder. Also die Geschichte hier noch mit mehr Leder. Also dunkle Patchouli-Note mit mehr Leder. Und so ein bisschen diesen U-Touch auch, der da mit drin ist. Finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und einen geilen, geilen Duft, den man sich unbedingt mal anschauen sollte, weil er nicht teuer ist. Weil der für 100 Euro, glaube ich, oder 120 gehen die alle über die Ladentheke. Das finde ich ein Hammer, Hammer, Hammer Preis-Leistungsverhältnis. Genau. Und das war meine Top 10 Patchouli-Liste. Ich hoffe sehr, dass für euch der eine oder andere Duft dabei war, den ihr kanntet. Der euch gefallen hat. Ja, und der ist tatsächlich, genau, Blicker Street, dieser Montal ist tatsächlich nicht so synthetisch. Weil, und das ist so meine Theorie, die die Blumen, die blumigen Noten und das Süßliche da sehr, sehr stark zurückhalten. Also es ist wirklich Fokus Leder und Patchouli. Also wirklich nicht viel mehr. Und ich glaube, dadurch gehen sie diesem synthetischen Ding so ein bisschen aus dem Weg. Und das finde ich sehr gut. Weil, wie du schon meintest, also andere Düfte von Montal finde ich durchaus sehr synthetisch und nicht so schön. Und der ist halt von der Haltbarkeit her, finde ich, ist es auch noch in einem Rahmen, der okay ist und nicht so übertrieben auf die 12.